Willkommen, mein Name ist Blutz Reinhardt und ich zeige Ihnen heute ein Himmola Job Sofa und zwar das Modell 8152 aus der Job Kollektion in diesem Samt Velour Grafit. Ein Sofa, welches erstmal sehr schön flauschig sich anfühlt. Ein Vorteil, ein sehr angenehmer Stoff, die Armlehnen sind verstellbar hier mit einem Klemmbeschlag. Wie weit geht es runter? So weit? Ja, ist okay, könnte noch etwas weiter runter gehen. Aber ich habe ja genügend Platz, um hier zu liegen, Bauchmuskeltraining. Und ich habe einen mittelsoften Sitzkomfort, also eher etwas soft, nicht ganz soft. Ich sinke etwas ein und es fühlt sich sehr bequem an. So, das ist nicht mal die Hälfte dessen, was das Sofa kann, denn man kann hier im Sitzen den Rücken hoch machen und dadurch gewinnen Sie an Sitztiefe ca. 15 cm und an Rückenhöhe. Also jetzt kann ich mich richtig schön reinlegen. Launching-Boer. Ich habe viel Platz, ich kann hier zu viert drauf sitzen. Das ganze Ding funktioniert natürlich auch hier. Ganz einfach der Beschlag, ich brauche nicht aufstehen. Und jetzt habe ich natürlich auch mehr Platz, um zu liegen. Ich brauche Muskeltraining 2. Ein Sofa, welches eine Garnitur ersetzt für eine ganze Familie, eine Familie mit zwei kleinen Kindern. Hier dazu noch eine schöne Liege und fertig ist die Wohnungseinrichtung. Nachteil, Samt-Velour ist sehr angenehm, aber Sie dürfen hier, Sie müssen das schon ein bisschen pflegen und Sie dürfen hier mit nichts Spitzeln dran. Also der Samt-Velour wird irgendwann auch einen Sitzspiegel bekommen. Wenn Sie das nicht mögen, ist das nicht Ihr Material. Aber es ist hier alles abgesteppt, damit wird es nicht faltig. Zweiter Nachteil, hoher Preis. Job, ich denke diese Sofa kostet um die 3.000 Euro bei Job. 2.500 bis 3.000 Euro. Advertising. Wir von profi-schnapp.de haben im Moment dieses Stück aus einem Kundenstörner hier in Empfingen stehen zu einem Preis, der Sie faszinieren wird. Kommen Sie nach Empfingen, 50 Kilometer südlich von Stuttgart und schauen es sich an oder machen Sie online die Erfahrung mit diesem Video unter profi-schnapp.de und dann klicken Sie in den Warenkorb. Es würde mich freuen, Sie kennenzulernen. Dankeschön für heute, Ihr Lutz Reinhardt und Tschüss. 現ium von Stuttgart